Bum, was geht ab Leute, willkommen bei mir auf dem Kanal zurück Yo, ihr seht schon 15 Jahre Kollegah, limited Auflage, weiße Doppelvenue Von Kollegah Kollegah, vom Album Yo, 15 Jahre Kollegah, alter, alter Ja, 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 was soll man da noch sagen, übst krass Die meisten werden dieses Album natürlich kennen Oder gehe ich mal ganz stark davon aus, wie gesagt, da gibt es keine Fragen Wir fangen jetzt mal kurz auf die andere Seite Mit der Skyline und so, alles damals hochprofessionell, in Anführungsstrichen, gemacht worden Auch mit den ganzen Wegretuschieren und so weiter und so fort Da hat Kollegah mal seine eigene Geschichte dazu erzählt Die meisten gehe ich mal ganz stark davon aus, kennen den ganzen Spaß Mega junger Kolle noch, übel krass, Mann Ja, was soll ich sagen Zum einen, ich finde es cool, dass das jetzt nochmal rausgebracht wird Zum einen, gut, Kollegah ist jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr bei diesem Label Und hat sein eigenes Label, logischerweise Und, ja, gut Da wird halt noch Geld rausgezogen Ich finde es gut, als Sammler, sag ich mal Da kann man sich nochmal was holen, wie halt diese Doppelvenue Wenn Kolle das nicht rausbringt und das da drüber gemacht wird, warum nicht Die, was mein Kanal verfolgen, die wissen ja, dass ich das ja eh meistens dann alles sammle Und von daher gucken wir das uns natürlich noch an Eine Doppelvenue, mit weiß Diesmal Zack Seite A, B, C, D Ich hätte es vielleicht ein bisschen transparent gemacht Oder so weiß-blau vielleicht sogar Weil das hätte gut zu den allgemeinen dann einfach gepasst, würde ich mal sagen Jetzt die eine ja so machen können, die andere so So ist halt beides relativ neutral gehalten Oder einfach so ein wenig durchsichtig mit vom Look und so Mittlerweile gibt es ja da ein Haufen verschiedene Sachen Von Vinyl, Farben bis hin zur Produktion und so weiter und so fort Und, ja Hier seht ihr das gute Stück Dann eure Hoheit, Kollegah, Big Boss, Straßenapotheker in der Hood Und so weiter und so fort Die ganzen Lieder sollten euch eigentlich, denke ich, bekannt sein Mega krass auf jeden Fall Und, ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen Wenn ihr Bock habt, von Mike Illustrated, aka Rap Kings Kam jetzt auch ein neues Figürchen raus Sozusagen von Kollegah Wo ihr auch schon von Sido, Haftbuffet und von San Diego Bei mir auf dem Kanal das gesehen habt Und von daher checkt das auf jeden Fall rein Ich wünsche euch mega schöne Weihnachten Tolle Feiertage Und wir sehen uns bestenfalls in einem anderen Video H3, mein Lieben, euer Mimmi Lux Bis zum nächsten Mal, Peace Peace Outro 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 Outro